Musik Jo, servus und willkommen hier zum fünften Teil unserer Modulerei. Teil 5, Leute, Hammerhadoschen, haben wir da kräftig gesammelt, gegoogelt, rumgesucht und zusammengeschrieben, um das Ganze hier in akustischer wie visueller Form präsentieren zu können. In den Teilen 1 bis 4 haben wir insgesamt zwischen 157 und 159 Modulars zusammengetragen, je nach Zählart, beziehungsweise ob das eine oder andere Modular noch dazu gehört oder nicht. Hier in diesem Video werden noch einige weitere Modulars auf uns zukommen, also wir kratzen jetzt dann bald an den 200. Ja, der Wahnsinn, der Wahnsinn, was immer wieder in den Kommentaren und auch so auf mich zukommt, sind Fragen über Voneido bzw. Bildmog. Die meisten Modulars, die in meinen Videos vorgestellt werden, wurden ursprünglich als erstes von Bildmog auf den Markt gebracht, später dann vom ein oder anderen Hersteller. Es kam dann immer wieder zur Sprache, erstens, warum zeige ich Bildmog zum zweiten, warum ist Bildmog zu teuer und so weiter und so fort. Also warum zeige ich Bildmog, das ist ganz klar, es geht ja darum, welche Modulars rausgekommen sind. Ich mache ja hier keine Preisvergleiche und daher ist mir der Hersteller an sich vollkommen egal. Es sei darauf hinzuweisen, warum Bildmog an sich so teuer ist. Bildmog ist halt ein Unternehmen, welches sich Steine unterschiedlichster Art und Hersteller zusammenkauft und die Sets dann händisch kommissioniert. Das heißt, da hocken, was weiß ich wie viele Leute da, haben ihre Teilelisten in der Hand und verpacken dann die Sets in Zipperbeutel. Also da geht nichts automatisch, da geht nichts über Maschinen, da wird nichts kommissioniert wie bei Xingbao und Co., sondern alles mit der Hand. Bildmog an sich verwendet ausschließlich stibitzte Mogs. Das sei mal hier drauf hingewiesen. Die haben, obwohl es auf ihren Seiten immer wieder steht, keine eigenen Mogs, es sei denn natürlich, sie arbeiten mit den jeweiligen Designern zusammen. Was für mich jetzt als Außenstehenden wahnsinnig schwer nachvollziehbar ist. Ja, drum gehe ich von vornherein vom Schlimmsten aus und sage, es sind unlizenzierte Mogs. Es kann natürlich sein, dass der Mocker entlohnt wurde. Des Weiteren wurde ich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Vornado und Bildmog? Ja, wo ist der Unterschied? Ganz klar, es gibt keinen. Vornado ist der Sammelbegriff, ist der Firmenname. Das Ganze unterteilt sich eben in Vornado, Bildmog, Mock Factory und Mock Brickland. Bis vor kurzem hatten alle diese Seiten und Hersteller eine Kontaktadresse in Amerika und zwar in Farmingdale, New York. In der Zwischenzeit haben sie zum Teil ihre Kontaktadressen verändert oder komplett weggelassen und man findet sie nicht mehr auf der jeweiligen Seite. Spielt aber im Grunde keine Rolle. Hinter Vornado, hinter Bildmog und so weiter verbirgt sich derselbe Konzern. So, jetzt kommt hier in der Modulerei immer wieder mal vor, dass ich beispielsweise Vornado als Hersteller angebe. Man geht auf die Vornado-Seite und findet dort dieses Set nicht oder nicht mehr. Dann muss man einfach auf die Bildmog-Seite gehen oder Mock Factory und so weiter. Irgendwo ist dieses Set dann mit Sicherheit noch gelistet. Es kann sein, dass das eine oder andere Set nur bei Vornado erscheint und nicht bei Mock Factory. Es kann passieren, dass es Vornado im Programm hatte, es ist ausverkauft, ist da nicht mehr gelistet, aber bei Mock Factory ist es noch gelistet. Lauter so ein Zeug. Da müsst ihr einfach ein bisschen selber schauen. Das kann ich euch nicht auch noch abnehmen. Bestellen müsst ihr einfach selber können. Ansonsten hätte ich gesagt, starten wir los und kauen die Modulars durch, die neu erschienen sind, die angekündigt wurden. Unter anderem gibt es am Ende auch noch einen kleinen Zusammenschnitt diverser Ankündigungen verschiedenster Art. Von der Jensen Spielzeugmesse. Da wurden auch einige Modulars angekündigt. Ob die jemals erscheinen, weiß ich nicht. Aber ich zeige euch trotzdem mal das Material. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem fünften Teil der Modular-Reihe. Das Coffee House von Mold King Set Nr. 16 008 mit 3103 Teile. Mal wieder ein Kaffee, als hätte man noch nicht genug Kaffee Modulars. Aber die 3 Teile Optik hier finde ich wahnsinnig gelungen. Und Designer in meinen Augen Mold King einen Mock konnte ich nicht ausfindig machen. Pub & Restaurant Modular Island ebenfalls erschienen bei Mold King Set Nr. 16 042 mit 3992 Teile. Oh So Young ist der Designer, der in letzter Zeit wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt hat innerhalb der Glemmbausteinszene. Aufgrund seiner relativ modernen Modular-Designs, die alle absoluter Hammer sind, der absolute Wahnsinn. Und soviel ich weiß, hat Mold King sich hier das Recht des Designers besorgt bzw. den Designer vergütet. Sieg Kaffee, ein weiteres Kaffee im Reiche der Modulars. Von Mold King Set Nr. 16 004 mit 3430 Teile. Auch hier konnte ich keinen Mock ausfindig machen, weswegen hier Designed bei Mold King steht. Konzerthall von Mold King Set Nr. 16 032 mit 2875 Teile. Finde ich dieses Modular optisch hammermäßig gelungen. Sowas Geiles. Ich finde es einfach nur mega. Es erinnert ein bisschen an diese römischen Bauten oder auch so ähnlich wie das Weiße Haus und so weiter mit diesen Säulen vor der Tür. Einfach nur genial. Ein weiteres Sanctorum. Wir hatten ja schon eins rausgekommen bei Penlos. Dieses Mal Mold King Set Nr. 16 037 mit 3588 Teile. Es sieht von außen relativ unspektakulär aus verglichen mit dem Penlos Pendant. Aber von innen ist es voll gestopft mit Anspielungen an den jeweiligen Comic Charakter. Und designt wurde das Ganze von C. Redman. Ein weiteres Hammer Modular von oh so young angekündigt von Mold King. Vielleicht sogar in der Zwischenzeit erschienen. Da müsst ihr mal schauen. Set Nr. 16 043 mit 3536 Teile. Art Gallery Showcase. Ich finde es ja einfach nur geil, oder? Oh so young hat es voll drauf. Central Perk Big Bang Theory Modular. Das kam ja schon von Urge raus und auch von Voneido bzw. Bildmog. Hier in der Mold King Version sprechen wir von 4488 Teile. Die Voneido Version hat 4294. Die Urge Version 4638. Warum sie sich alle so unterscheiden, ich weiß es nicht. Bei Mold King hat es Set die Set Nr. 16 008. Wurde angekündigt, wird wohl noch dieses Jahr erscheinen. Und designt wurde das Ganze bei Brick Police. Der Custom Shop, dieses Mal erschienen oder besser gesagt angekündigt von Mold King, kam auch schon bei ZEGAO raus und ist eine abgewandelte Version bzw. wie nennt man sowas, ein Mock aus dem Disney Schloss. Designer war Bold Builds und bei Mold King hat das Set die Set Nr. 11 005. Wir sprechen hier von 2805 Teile. Man sieht die Front, wurde von Mold King etwas abgeändert. Es fehlt der Mickey Mouse Kopf über dem Eingangsbereich. Und soviel ich weiß, packt Mold King auch keine Minifigur mit bei. Was bedeutet, dass so ein Kostümladen an sich ja dann eher unspektakulär ist. Aber ich habe mir die Bauanleitung vom Mocker besorgt, weil ich das Disney Schloss umbauen möchte zu diesem Modular. Und auch in der Bauanleitung wird angegeben, man möge doch Figuren nach eigener Wahl hier einpacken. Und das werde ich auch tun. Ich habe hier einige Figuren, die irgendwelche Charaktere aus Film und Fernsehen zeigen. Die werden dann da drin ihr Zuhause finden. Das modernen Kaffee Modular ebenfalls mal wieder bei Oh So Young Designed. Dieses Mal von Mold King herausgebracht. Set Nr. 16 036 mit 2728 Teile. Das Set selber kam schon von Vonedo raus und auch von Johann Kay. Der große Unterschied nun, Mold King hat meines Wissens nach das Okay des Designers. Beziehungsweise wurde der Designer von Mold King vergütet für diesen Entwurf. Also wer das Set bei Mold King kauft oder von Mold King kauft, der vergütet gleichzeitig den Designer. Wer das Set bei jemand anders kauft, von einem anderen Hersteller, der möge doch bitte bei Oh So Young die Bauanleitung beziehen. Wenn er die denn noch einzeln verkauft, das weiß ich jetzt im Augenblick gerade gar nicht. Durchaus möglich, dass Oh So Young die Bauanleitung bei Rebrickable aufgenommen hat. Nachdem Mold King die Rechte vermacht hat. Nachdem Vonedo, Johann Kay und Mold King dieses Set bereits rausgebracht haben oder noch rausbringen werden. Geht sie einen anderen Weg. Sie haben die Optik zumindest von außen komplett verändert und das ganze Set in anderen Farben dargestellt. Also während die anderen Sets eher schwarz-weiß waren, kommt dieses Set hier in braunen Tönen daher. Tan, Dark Tan und so weiter und so fort. Und lockert das Ganze ein bisschen auf. Aber auch hier ist der Originalentwurf von Oh So Young noch durchaus zu erkennen. Es ist dieselbe Bauweise, es ist dasselbe Modular an sich. Es hat nur andere Farben. Im Übrigen, diese ganzen Häuser haben ein Original zum Vorbild. Und zwar ein Original Starbucks irgendwo in Asien. Ich blende euch mal so ein Bildchen hier ein. Es ist eine 1 zu 1 Nachbildung eines originalen Starbucks aus Asien. Die Police Station von Urge oder Urge. Bereits erschienen Set Nr. 10199 mit 2967 Teile. Designed by Brigade 1980. Ja, eine weitere Polizeistation. Bricktown Police Station nennt sich dieses Set. Nachdem am Anfang überhaupt keine Polizeistationen unterwegs waren, kommen die jetzt im Modular-Bereich aus dem Boden geschossen wie die Pilze. Da haben wir eine Police Station nach der anderen. Das Corner-Kaffee von Johann Kei Set Nr. 86 007 wurde angekündigt für dieses Jahr. Mit 4.314 Teile konnte ich dazu keinen Mock finden. Deswegen designed by Johann Kei mal wieder ein Kaffee. Aber es schlägt in die Kerbe der Oh So Young Modulars. Es ist wahnsinnig modern gestaltet mit vielen Details, abgesetzten Stufen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde es einfach nur genial. In unsere Apokalypse-Reihe reiht sich nun das 4. Modular ein. Und zwar dieses Mal die Police Station. Welche dieses Jahr von Lego erschienen ist. Hier in der Super 18K Version Set Nr. K. 1.3.1 mit 2689 Teile. Designed by Juan Dan Faulkner oder so ähnlich. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ein halb großes Modular, welches nicht ganz so gut in eine Street View passt, weil die Grundplatte keine normale Baseplate ist, sondern eine normale Plate. Das Häuschen lässt sich in der Mitte aufklappen, um es von hinten besser bespielen zu können. Aber so im Großen und Ganzen erfüllt es alle Kriterien eines 16 noppenbreiten Modulars. Herausgekommen von Sembo Set Nr. 601146 mit 1509 Teile, nennt sich dieses Häuschen Nordic Street View. Das Bricks & Blooms Modular Garden Center von Urge bzw. Morg. Morg und Urge oder wie auch immer, sind fusioniert, gehören in der Zwischenzeit zusammen. Darum kann es durchaus passieren, dass das eine oder andere Urge Set in der Zwischenzeit unter dem Morg-Label erscheint. Macht aber nichts. So viel ich weiß, bleiben die Set-Nummern aber erhalten. Wir reden hier von der Set Nr. 10200, wurde das Ganze hier angekündigt. Vielleicht ist es, wenn ihr dieses Video seht, schon bereits erschienen. Ich weiß es nicht. Wir haben hier auf jeden Fall 2716 Teile. Und designt ist das Ganze von Brickett 1980. Von Vonedo ist wieder einiges erschienen. Hier der Market Square Morg. Morg Nr. 44804, designed by Black Mandelet Builder, mit 4689 Teile. Die Modular School, eine Tower Bridge Alternative, ebenfalls erschienen von Vonedo Morg Nr. 10214, mit 2654 Teile, designed by Alberto Wex. Bragwater Pass Bookstore. Ob das Ganze jetzt hier wirklich so in die Street View passt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe es von der anderen Seite noch nicht gesehen. Vielleicht ist von der anderen Seite eine ganz gewöhnliche Straße bzw. Gehsteig zu sehen, sodass es sich eingliedern lässt. Ich glaube es aber eher weniger. Macht nichts. Ich habe es jetzt mal hier mit aufgenommen. Um wem es stört, er möge es doch aus der Liste streichen. Das Set hat die Morg Nr. 51760, kommt mit 6443 Teile daher. Natürlich stibitzt von Vonedo und designed by Chabas. Brickbank with Coffee Shop. Eine erweiterte Version der Brickbank. Gemobst von Vonedo, Morg Nr. 1081. mit 3965 Teile, designed by Da Koopa. Das Internet Café, vermutlich ein Morg aus den Teilen des Downtown Diners. Gemobst von Vonedo, Morg Nr. 19379 mit 2220 Teile. Designed by Huawei, Yotsu oder so ähnlich. Angaben ohne Gewehr. Modular Clock Tower Square, 6800 Teile. Gemobst von Vonedo, Morg Nr. 212626. Designed by Bricks and Tiles. Der Lionpub, ebenfalls gemobst von Vonedo, Morg Nr. 30.010 mit 5801 Teilen. Designed by Simon 84. Das Country House, ebenfalls gemobst von Vonedo, Morg Nr. 34209 mit 4387 Teile, designed by Chabas. Die Church, designed by Chabas, ebenfalls gemobst von Vonedo, Morg Nr. 34956 mit 7517 Teilen. Ob es sich wirklich in eine Street View einfügen lässt, das Ganze hier sei mal dahingestellt. Mir hat diese Kirche einfach wahnsinnig gut gefallen. Modular Drain Station, und zwar hier in der grünen Version. Wir haben hier sage und schreibe 12.597 Teile. Das Ganze wurde von Vonedo gemobst. Das hat die Morg Nr. 37719 und wurde designed von das Felix Le. Das Ganze erschien noch in einer weißen Variante bei Vonedo. Ansonsten blieb hier alles gleich. So seht ihr den Morg von der Gleisseite aus und hier von der Rückseite. Also dieses Modular lässt sich als Corner oder als Inverted Corner verwenden. Ziemlich praktisch. Die Modular School mit unglaublichen 14.412 Teilen wurde natürlich von Vonedo gemobst. Morg Nr. 37719. Designer ist PDJ. Und optisch ist es natürlich eine amerikanische Schule. Wobei es mich auf den ersten Blick sofort an die Schule der Simpsons erinnert hat. Aber ich finde das Ding, obwohl es so ein Riesenmonster ist, wahnsinnig gelungen und geil. Weil ich könnte mir nur vorstellen, dass es ziemlich wiederholende Bauabschnitte beinhaltet. Weil ja doch beide Seiten relativ gleich ausschauen. Brick Castle Waterpark Modular. Ein Modular mit Spielplatz oder mit Freibad oder sowas in der Art. Kommt auf jeden Fall mit 2423 Teilen daher. Wurde von Vonedo gemobst. Hat die Morg Nr. 19001 und designed bei Hua Oyotsu. Oder so ähnlich. Das Old Mansion mit 1442 Teile. Morg Nr. 49479 von Vonedo gemobst. Designed bei Das Felixle. Ist es eine an eine Street View angepasste Version des Haunted House. Der Modular Pub 2322 Teile gemobst von Vonedo Morg Nr. 53879. Designed bei Versteinert. Modular Central Perk Café & Pub. Eine andere Version unserer Friends Modular Serie beziehungsweise der Friends Sets, die so auf den Markt kamen. Mit 2258 Teile. Gemobst natürlich von Vonedo Morg Nr. 54894. Designed bei Lego Artisan. Bei diesem Gebilde bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sich hierbei wirklich um ein Modular handelt. Es scheint wohl irgendwas aus dem Harry Potter Universum zu sein oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Modular. Ist aber stellenweise offen. Dann doch wieder verschlossen. Und hat wahnsinnig viele Funktionen. Und man kann wahnsinnig viel öffnen und schließen. Und es ist ein kurioser Bau. Hat auf jeden Fall 2098 Teile. Wurde von Vonedo gemobst. Hat die Morg Nr. 55.035. Und designed bei JL Briggs. Auch beim Post-Apocalyptic Survivor Base on Docks. Bin immer nicht ganz sicher, ob das Ganze hier in die Street View passt. Es wurde mal wieder von Vonedo gemobst. Hat 2180 Teile. Morg Nr. 56760. Und designed bei Mokopolis. Modular Post Office and Delivery Car. Mit 2308 Teile. Mal wieder eine Poststation, aber eine wahnsinnig hübsche. In Tan und Sand Green Optik. Gefällt mir hammermäßig gut, muss ich sagen. Wurde von Vonedo gemobst. Hat die Morg Nr. 57981. Und designed bei Mok Expert. Modular Flower Shop. Designed bei Mestery. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mit 1523 Teile. Natürlich mal wieder von Vonedo und Co. gemobst. Mok Nr. 3906. Mal wieder von Hua Oyotsu. Mann, ich kriege echt noch einen Knoten in der Zunge bei dem Namen. Ein gemobster Mok. Libra Café mit 2287 Teile. Rausgebracht von Vonedo und Co. Mok Nr. 36027. Eine veränderte Version des Bookstore, welcher 2020 von Ligo erschien. Die Island Bar von Osoyang, hier in einer anderen Version, herausgebracht von Yuhan Kei, mit 3622 Teile. Set Nr. 86008 erinnert das Ganze wahnsinnig stark an den Sembo Club. Wo genau die Unterschiede liegen, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur eins. Dieses Set in dieser Version liegt hier bei mir und wartet auf den Aufbau. Ich bin gespannt. Auf der Shenzhen Toy-Messe wurden unter anderem viele, viele Modulars angekündigt. Hier von Mojo, Mojo, Moitoi, Mojoi, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Von Mojo Blocks. Keine Ahnung, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Und wer sich dahinter verbirgt, mehr sagt der Hersteller. Absolut nichts. Auf jeden Fall haben wir hier ein Modular. Ob es kommen wird, weiß ich nicht. Es gibt Bilder im Netz eben von dieser Toy-Messe, von dieser Spielzeugausstellung. Dort sind diverse Modulars zu sehen. Das hier ist eins davon. Irgendwie eine Mischung aus Pub. Also links oben steht Bier. Rechts unten Club. Also wahrscheinlich hier so eine Bar. So eine Bier-Bar, so eine Bier-Bar meine ich. Und ein Fisch-Restaurant oder sowas in der Art. Ich finde es optisch hammermäßig gelungen. Und würde mich freuen, wenn dieser Hersteller dieses Set rausbringt. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt. Der Hersteller selber hat bisher nur eine Handvoll Sets rausgebracht. Und zwar überwiegend im Technikbereich. Nun versucht er sich anscheinend an Modulars. Ich bin gespannt, wie die Qualität dieses Hersteller sein wird. Und hoffe doch, dass er die Sets rausbringt. Und leider sind die Fotos alle so geschossen, dass man die Set-Nummer und die Teileanzahl nicht erkennen kann. Auch ein Name dieses Sets ist nicht zu erkennen. Schade, schade. Marmelade. Auch die Holiday Town hatte ich in einem meiner Videos vorher schon mal angekündigt. In der Zwischenzeit ist dieses Foto hier aufgetaucht. Ebenfalls auf der Schenzen-Spielzeugmesse. Der Hersteller hier ebenfalls Moiju-Block. Wie auch immer dieser Name ausgesprochen werden mag. Es handelt sich hierbei um einen stipitzten Mock. Beziehungsweise ob er stipitzt ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall der Mock mit der Set-Nummer 37-086. Und Designer ist Harry Henn. Ich habe bei Rebrickable nachgesehen, man kann diesen Mock nicht mehr aufrufen. Es ist durchaus möglich, dass der Designer Harry Henn sich mit dem Hersteller geeinigt hat. Und hat ihm die Rechte verkauft, weswegen dieses Modular bei Rebrickable nicht mehr zu beziehen ist. Aber wie gesagt, reine Spekulation, genau weiß ich es nicht. Ein weiteres Modular, zu dem recht wenig bekannt ist. Das Bild an sich ist auch recht unscharf. Wir haben hier die Set-Nummer MY, was wohl für Moju oder Moju steht. MY82-002. Wir haben 2613 Teile. Was es genau im Einzelnen ist. Ob es ein geklauter Mock ist, ob es ein legaler Mock ist, Ob es ein eigenes Set ist, ob es eine Eigenkreation ist. Ich habe keinerlei Info drüber. Wir können aber gespannt sein. Auf der Schenzen-Spielzeugmesse wurde unter anderem von G-Star einiges geteasert. Modular über Modular schmeißt G-Star dieses Jahr oder die kommenden Jahre zumindest auf den Markt. Zumindest haben sie es vor. Wobei jetzt hier auf diesem Bild keine Modulars zu sehen sind, Die nicht schon von anderen Herstellern rauskamen. Begrüßenswert sind immer Sets. Wie zum Beispiel jener Lionpub, der ursprünglich von Vonedo angekündigt war. Vonedo ist im Vergleich zu anderen Herstellern leider wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Das liegt einfach daran, dass die ganzen Vonedo und Untergruppen keine Kommissionierer im eigentlichen Sinne sind. Also nicht so wie Xing Bao und so weiter, sondern es handelt sich hierbei um eine Handvoll Mitarbeiter, die Steine aller Art von den verschiedensten Herstellern einkaufen und dann die Sets per Hand verpacken und zwar in Zipperbeutel. Das muss ein schweinegigantischer Aufwand sein. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Arbeit und kann deshalb auch verstehen, warum Vonedo und Co. relativ teuer ist. Ich finde es natürlich schade und wenn G-Star die Sets zu einem günstigeren Kurs auf den Markt schmeißt, kann ich das als Endverbraucher letzten Endes doch nur begrüßen. Hier jetzt als Beispiel Lionpub mit ca. 5800 Teile, G-Star Set Nr. 89107, designed by Simon84. Auch G-Star hat es Big Bang und Friends Modular angekündigt, welches von Brickpolis designt wurde. Wenn ich mir allerdings hier die Minifiguren anschaue, muss ich ganz stark davon ausgehen, dass G-Star von Big Bang oder von Friends absolut null Ahnung hat. Natürlich nimmt sich G-Star auch unsere Apokalypse-Sets an. Hier das Apokalypse Diner. Bei G-Star nennt sich das Ganze hier Doomsday Restaurant. Hat 2795 Teile, designed by Sugar Bricks und hat bei G-Star die Set Nr. 98, nein 89101. Ist angekündigt worden, ist rein optisch ein bisschen abgewandelt gegenüber der Super 18k Version. Die Super 18k Version war ja zugewuchert mit Grünzeug, dies fehlt hier vollkommen. Dafür sind hier ein Haufen Zombie-Minifiguren mit am Start. In der Zwischenzeit kam das Apokalypse Diner bei Super 18k raus, bei 1995, wer immer dieser Hersteller sein soll, und bei Buildmock bzw. Vornado und nun hier auch beim 4. Anbieter G-Star. Ähnlich verhält es sich im Übrigen hier mit der Brick Bang, die bei G-Star den hübschen Namen Doomsday Bang bekommen hat. 2836 Teile, Set Nr. 89102, designed wieder bei Sugar Bricks. Und naja, es lässt darauf schließen, dass die anderen zwei Apokalypse-Sets ebenfalls noch von G-Star erscheinen werden. Ich bin gespannt. Auf der Schenzen-Spielzeugmesse wurde unter anderem ein Bild geschossen von einem Modular, von dem keiner weiß, was es denn genau sein soll. Ich habe mit der Community auf Discord darüber gesprochen. Es ist der Initial-D-Dofu-Shop. Zu sehen war das Ganze beim Kader-Stand. Ob Kader wirklich ein Modular auf den Markt schmeißt, oder ob das Ganze einfach nur designt wurde, um ein bisschen Hintergrundkulisse zu den ganzen Autos zu haben, die Kader so rausbringt. Man weiß es nicht. Man kann aber gespannt sein. Es gibt noch mehr Bilder dieser Art. Unter anderem ist zu sehen, dass es ein Innenleben hat und dass es komplett modular aufgebaut ist. Das heißt, die einzelnen Stockwerke lassen sich abnehmen und so weiter und so fort. Es scheint auch Modulargröße zu haben, sodass es problemlos in eine Street View einzubauen ist. Ob es erscheinen wird, ob es überhaupt ein zukünftiges Set ist oder nicht, wissen nur die Geister bzw. Kader. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Der Bahnhof von Blue Bricks Set Nr. 101043 mit 3561 Teile ist jetzt kein klassisches Modular und passt auch nicht wirklich in eine Street View. Und ich habe auch lang überlegt, ob ich derartige Häuser mit ins Repertoire mit aufnehme. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob derartige Häuser hier was zu suchen haben oder eher nicht. Der Bahnhof, wie er schon bei Blue Bricks erschienen ist, dieses Mal in der Xingbao-Version mit 4762 Teile. Ja, die höhere Teileanzahl von Xingbao liegt einfach darin, dass Xingbao nicht nur Minifiguren mit beiliegt, sondern diesem Häuschen ein komplettes Innenleben eingerichtet hat, während die Version von Blue Bricks innen so gut wie leer ist. Xingbao hat die Nr. 19007. Das Ganze ist bereits erschienen und ich habe hier jetzt angegeben, Design by Blue Bricks. Amerikanisches Strandmodell von Blue Bricks angekündigt, Set Nr. 103091 mit 1911 Teilen. Ob es wirklich Street View geeignet ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, der eine oder andere findige Baumeister wird derartige Häuschen schon so umbauen, dass sie in eine Street View passen. Ich stelle mir hier das Downtown Diner von Lego nebendran vor. Ich glaube, da passt es ziemlich gut dazu. Das amerikanische Diner von Blue Bricks angekündigt mit der Set Nr. 103289 mit 2038 Teile. Verhält es sich hier genauso wie mit den Sets zuvor. Sie passen nicht wirklich in eine Street View, aber irgendwie gehören sie doch dazu. Ich bin ja bis hin zwiegespalten. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genauso verhält es sich mit dem Casino von Blue Bricks, ebenfalls angekündigt, Set Nr. 103365 mit 3684 Teile. Ja, irgendwie gehört es dann doch in die Street View, irgendwie gehört es dann doch dazu. Oder sind es einfach Standalone-Sets? Das Kino von Blue Bricks angekündigt mit der Set Nr. 103582 mit 2749 Teile. Hat es mir dieses Gebäude schon durchaus angetan. Ich finde es optisch wahnsinnig gelungen. Es ist irgendwie, ja, einfach nur Geiles. Ich finde es mega. Und es wird eins jener Set sein, die ich mir sofort hole, sobald es erschienen ist. Der Western Saloon von Blue Bricks Set Nr. 103410 mit 3840 Teile ist es natürlich ein Western-Set. Und relativ ungeeignet für eine Street View. Aber so im Großen und Ganzen gibt es doch in der ein oder anderen amerikanischen Stadt doch noch Gebäude dieser Art. Ob einem jetzt die Farbgestaltung gefallen mag oder nicht, ist natürlich immer Geschmackssache. Man kann es natürlich mit einer Baseplate und so weiter auch in eine moderne Street View packen. Bei den Amis geht sowas schon. Oder wenn das Ganze eher so in Richtung Casino Las Vegas und so weiter geht, würde das auch noch hervorragend dazu passen. Ob es sich problemlos ohne großartiges Umbauen, außer natürlich Austauschen der Bodenplatte, sich in eine Street View einfügen lässt. Ob die Seitenwände hinten glatt sind oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe das Teil noch nicht gebaut, wird aber früher oder später noch passieren. Lego hat angekündigt, den Daily Bugle aus dem Spider-Man-Universum. Ein riesengroßes Gebäude, 82 Zentimeter Höhe. Kein standardmäßiges Modular in dem Sinn. Lässt es sich aber doch in eine Street View integrieren. Wir reden hier von 3.772 Teile, Set Nummer 76178. Abzüglich der nicht ganz in eine Street View passen wollenden Gebäude, haben wir hier mal wieder 35 neue, astreine Modular Buildings. Was haltet ihr davon, Leute? Gehören solche Sets wie die in diesem Video besprochenen von Blue Bricks oder der Daily Bugle von Lego und so weiter? Gehören die in ein Modular Video? Gehören die in die Aufzählung der Modular Buildings? Oder sagt ihr eher, nee, das sind mehr Sets, die man sich als Standalone irgendwo ins Regal hinstellt, ohne sie in eine Street View eingliedern zu lassen? Und die gehören hier einfach nicht mit rein. Wenn ihr sagt, ja, die gehören dazu, was gehört in euren Augen noch dazu? Gehören auch die ganzen Sets um den alten Angelladen und seine Ableger? Gehören die auch dazu? Oder die ganzen asiatisch angehauchten Modulars? Die von Xingbao und Segao und was weiß ich, wo noch alles erschienen sind? Gehört das auch dazu? Sagt mir einfach mal eure Meinung. Wenn ich weiß, wie ihr die Street View an sich im Auge habt, dann kann ich meine Videos dementsprechend angleichen. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Manche Gebäude, manche Sets gefallen mir so gut, dass ich sie am liebsten mit aufnehmen würde, obwohl sie keine standardmäßigen Modulars sind. Andere Sets gefallen mir weniger gut. Da sage ich dann schneller, nee, das passt nicht. Aber gebt ihr mir da mal eine Vorlage. Ansonsten sei noch zu sagen, die Angaben hier in diesem Video bezüglich Verfügbarkeit, Ankündigung und so weiter, die können natürlich variieren und das eine oder andere Modular oder das eine oder andere Set kann natürlich schon, wenn ihr dieses Video anschaut, käuflich erwerbbar sein, obwohl es hier als angekündigt angegeben wurde. Genauso verhält es sich mit Sets, die als angekündigt dargestellt werden, aber dann doch nie auf den Markt kommen. Wenn das passiert, hin und wieder auch mal, das liegt halt an dem jeweiligen Hersteller. Darauf habe ich leider keinen Einfluss. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Und ich sage Servusler bis zum nächsten Mal. Eierdorschen und baut was Schönes. Eierdorschen und baut was Schönes. Vielen Dank.